Du suchst nach mehr Abwechslung für dein Training? Dann fang bei den kleinen Dingen an. Was diese kleinen Dinge sein können, das erfährst du jetzt. Und dann fang bei den kleinen Dingen an. Oh, das war tricky. Was man nicht alles tut. Das sieht nach was anderem aus. Jetzt aus der Position musst du den Purzelbaum nach vorne machen und aus dem Purzelbaum aufstehen. Die Mobility-Experte Leon Stiege scheitert an einer Vorwärtsrunde. Vielleicht Schwung. Das geht doch schon besser. Ich hoffe, das Video war eine kleine Inspiration für euch. Euer Training ein bisschen zu verändern und kleine Dinge einzuführen, die ihr so noch nicht gemacht habt. Denn wir wachsen mit unseren Aufgaben. Und schreibt mir doch in die Kommentare, was werdet ihr verändern? Ich bin sehr gespannt darauf. Und wenn du noch deinen Körper viel besser kennenlernen willst und wissen willst, was du mit ihm machen kannst, intuitiv auf solche Gedanken kommen, wie zum Beispiel ohne Hände aufzustehen, in die Brücke, in den Handstand oder einfach eine bessere Squad-Mobilität zu bekommen für den Alltag oder für dein Training, dann schau unten mal in die Videobeschreibung. Da ist meine E-Mail-Adresse. Schreib mir eine kurze Mail, was deine Anliegen sind. Und wir machen einen Termin aus. Schaut noch auf meiner Facebook- und Instagram-Seite vorbei. Dort findet ihr jeden Tag kleine Tipps und Tricks zu Mobility und Bewegung. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Video. Ciao.